Mittlerweile habe ich ja unzählige Klavier- und Orgelstücke komponiert, welche ein neues Zeitalter der Kompositionstechnik einläuten. Denn meine Stücke sind leicht zu spielen, bieten aber ausreichend Interpretationsspielraum, sodass sie an sich komplexer Natur sind und somit eher zu den mittelschweren Stücken gezählt werden können. Damit bin ich aber leider alleine und der erste Komponist, der auf diesem Niveau solche Stücke komponiert. Ich habe mich mit den Stücken sozusagen selber geheilt. Durch gezieltes Training für die Muskeln, für die Koordination, das Musikverständnis und für den Ausdruck, also für alle denkbaren Bereiche. Genau so sollten Stücke sein. Mit diesem Video möchte ich aufzeigen, dass andere Stücke zu einem völlig irrsinnigen Verständnis von Klaviermethodik führen können. Andererseits könnten meine Kritiker behaupten, dass dies völliger Irrsinn ist, also unnötig, und die Studenten dann ja keine schwierigen Stücke spielen lernen. Aber wie sieht es denn mit dem Erlernen einer Sprache aus? Fängt man dort gleich mit den schwierigsten Vokabeln an und behandelt die Basics überhaupt gar nicht, sondern ausschließlich die schwierigen Wörter? Da würde jeder Mensch aufschreien und meinen, dass das völliger Unfug ist, und die Sprachenlehrer würden allesamt entlassen werden. Ja, zum Glück ist dies aber nicht der Fall. Aber warum sieht es dann bei der Klaviermethodik genau andersherum aus? Zunächst eine Situationsanalyse. Ich habe viel Bach gespielt, das sagt man so, also Stücke von Bach, Präludien, Inventionen, Fugen, Suiten und andere Stücke. Stets wurde ich so behandelt, als wäre ich ein richtig kräftiger, stabiler Bursche mit Fingern wie mit einer Robotermotorik. Ja, ich war aber leider genau das Gegenteil. Ich war so eher der Strebertyp, damals zumindest. Groß und dürre, aber zäh, also kräftig. Mein damaliger Klavierpartner, der liebe Erik, war allerdings so ein kräftiger Typ. Also ein richtiger Kerl, wie man zu sagen pflegt. Ich dagegen war eher zart und intellektuell. Denn ich war hauptberuflich ja nicht als Maurer unterwegs, sondern habe den halben Tag wie alle anderen Gymnasasten in der Schule verbracht, also vor allem meine Feinmotorik geschult. Dann sollte ich aber im Klavierunterricht in die Tasten hauen, als wäre ich der Klaviervirtuose Franz Lust höchstpersönlich und hätte 30 Jahre lang Auftrittserfahrung hinter mir. Ja, da muss eigentlich jeder merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das wurde bei meinem Popularklavierlehrer noch viel schlimmer. Dieser meinte, dass ich mich nur weiterentwickeln könnte, wenn ich extrem laute und zugleich virtuose Stück mit eigentlich unspielbaren Griffen, also Fingerkombinationen, spielen würde. Im Studium hat man dann bemerkt, was für grausamen Klavierunterricht ich erleiden musste und hat mich dann mir selber überlassen. Denn dort wollte man ja nicht auf dem Niveau neu beginnen, auf dem ich in der Musikschule hätte beginnen sollen. Und das wäre nie zu spät gewesen eigentlich. Auch meine sehr gute Abschlussnote soll über diese Misshandlung nicht hinwegtäuschen. Ganz konkret. Wenn Sie schon einmal in einem guten Konzert, zum Beispiel an einer Musikhochschule, eine Aufführung von Bach gelauscht haben, von Asiaten vor allem, denn diese sind Meister an dieser Spielkunst, dann ist Ihnen aufgefallen, dass die Inventionen, Fugen oder Tänze aus den Zuiten mit einem sehr leichten, spielerischen und sehr kontrollierten Anschlag dargeboten werden. Und Sie sind zu Recht begeistert und denken sich, ja genau so muss Bach gespielt werden. Und nicht nur Bach, auch Mozart, vielleicht auch Beethoven und eigentlich alle andere Klavierliteratur ebenfalls. Ja und warum haben Sie dies bei den Ihnen bekannten Klavierschülern noch nie so gehört? Ich kann diese Frage nicht beantworten, denn dahinter steht offenbar eine unverständliche Systematik, Ungebildetheit kombiniert mit Satismus. Viel besser wird es sein, wenn ich die Frage in den Raum stelle, warum durfte ich nicht lernen, Klavier genau auf diese Weise zu spielen? Warum musste ich als hagerer, schlanker, untergewichtiger, kleiner Junge dazu verdonnert und getrimmt werden, mit aller Macht in die Tasten zu hauen, sodass meine Finger nicht nur schmerzten, sondern ich zum Ausgleich noch so viel Sport treiben musste, um diese Schmerzen zu kompensieren und nachhaltig bis heute, also 15 Jahre danach immer noch zu kämpfen hatte, mit Verkrampfungen, Entzündungen der Finger und Handgelenke und psychischen Problemen durch diese Schmerzen. Das sind die zentralen Fragen, welchen sich alle Musiker in diesem Land und auf dieser Welt stellen sollten oder zumindest an diesem extrem falschen Beispiel lernen sollten. Im Studium haben die Dozenten mir auch nicht mehr zu helfen gewusst. Da kamen dann so vorsichtige Ideen wie, der Basston sollte ganz leise, fast gar nicht hörbar gespielt werden, denn dieser trinkt aufgrund der Akustik sowieso durch. Völliger Unfug, aber egal. Immerhin ein Versuch. Und dann sollte ich minutenlang Tonleitern spielen und dabei so sachte wie nur irgendwie möglich die Tasten drücken, sodass der Ton nur noch gerade so hörbar war. Ein anderer Tipp war, ich sollte an den Tasten bleiben, also weniger sprungartig die Finger auf die Taste bewegen und wieder weg, sondern stets im Legato ganz vorsichtig von Ton zu Ton wechseln. Ja, ein guter Ansatz, aber völlig nutzlos, wenn ich es nicht selber verstand, wieso und wofür ich die Finger so bewegen sollte. Ein dritter Ansatz war, die Finger in einem gewissen Winkel anstellen, sodass die Kraftübertragung effektiver und effizienter gestaltet werden kann. Das ist wirklich grober Unfug. Durch solche Hinweise resultiert ein extrem schadhaftes neurotisches Spielen. Aber all diese Hinweise, von denen es noch so viel mehr gibt, welche die Dozenten in ihrem Klavierstudium lernen, sind unbrauchbar, wenn es keine Stücke gibt, bei denen man diese Techniken umsetzen kann. Denn sobald man wieder irgendeine hochkomplexe Fuge von Bach spielen muss oder eine kräftige Beethoven-Sonate, ist all diese Theorie natürlich vergessen. Das ist völlig normal. Es braucht also Stücke, mit denen ich Klavier lernen kann. Und damit meine ich nicht nur die Benutzung der Finger und das Erlernen der Töne, dafür gibt es weltweit oder der Noten, dafür gibt es weltweit unzählige Tausende oder noch mehr Klavierschulen. Alle Klavierschulen dieser Welt und die es jemals gegeben hat, widmen sich genau nur diesem Aspekt. Nein, es braucht Klavierstücke, welche dafür geeignet sind, die Finger zu trainieren, das Spielen zu trainieren, das Empfinden zu trainieren und das Verständnis von Musik, von Ausdruck und von Artikulation. Genau diesen Meilenstein habe ich gemeistert mit meinen Kompositionen für Klavier. Hinsichtlich der Orgelmethodik gelten natürlich noch etwas andere Regeln aufgrund der fehlenden Dynamik und so, aber auch dort habe ich diesen Meilenstein zum Erlernen des richtigen Orgelspiels geschafft. Das sind einige meiner Lebenswerke, Meilensteine der Instrumentalpädagogik. Und wenn man dann das richtige und natürliche Klavierspielen gelernt hat, dann kann man auch Stücke von Bach, Mozart und Beethoven versuchen. Auch wenn man sehr schnell merkt, dass dabei auf den Pianisten fast keine Rücksicht mehr genommen wird, sondern nur noch auf den Klang oder die Mathematik hinter der Musik, wie bei Bach zum Beispiel. Aber auch wenn man meine Klavier- und Orgelliteratur nicht verwendet, gibt es zwei Grundregeln, an die sich jeder wirklich gute Instrumentalpädagoge halten sollte. Die vertikale und horizontale Tonlautstärke-Regel. Diese besagen, dass die Lautstärke eines Tones vom Notenwert, also der Dauer der Note und auch von der Anzahl der Töne, also vom Akkord, abhängt. Damit trainiere ich einerseits die Kraft, also wenn man einzelne Töne laut spielt, aber auch die Koordination, wenn man einen Akkord eher leise anschlägt. Und mittels der horizontalen Tonlautstärke-Regel schaffe ich es dann, so elegant und bezaubernd zu klingen, wie es viele Asiaten an den Musikhochschulen können. Diese beiden Regeln gehören zum didaktischen Grundrabattoir eines jeden Klavierlehrers oder Dozentens.